PBT in Bergkamen, ihr Partner für anspruchsvolle Pulverlackbeschichtung seit mehr als 20 Jahren. Jürgen Kemper und sein Team sind sehr flexibel und leistungsfähig, dabei spezialisiert auf kleine Teile auch in großen Serien. Hauptsächlich ist PBT für Büroartikel, für Markisen und Buseinrichtungen im Einsatz. Die eigene Schlosserei ermöglicht die Endmontage beschichteter Metallteile. Dank neuster Beschichtungstechnik sind schnelle Farbwechsel möglich. Der Ausbildungsbetrieb des Lack- und Kunststofftechnikers Jürgen Kemper profitiert von qualifizierten und langjährigen Mitarbeitern. Zur Vorbehandlung können Partnerfirmen die Metalle sandstrahlen oder passivieren. Im eigenen Betrieb sind auf Wunsch Siebdruck, Etikettierungen, spezielle Verpackungen und der Transport der Ware möglich. PBT, der Familienbetrieb in Bergkamen, Ihr Partner für anspruchsvolle Pulverlackbeschichtung Just In Time.